Ein herzliches Willkommen bei dem Ambassador der Hon Bonvoy Marriott. Große Freude bis zum heutigen Tag. Ich kann es immer wieder nur betonen, ich bin froh von ALL weg zu sein. Die Qualitäten bei ALL sind extrem nach unten gegangen. Umso mehr freue ich mich, dass ich bei Bonvoy die richtige Entscheidung getroffen habe, mir diese Idee der Kundenbindung anzutun, denn ich wurde bisher relativ verwöhnt und es hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich habe ja dadurch auch das fantastische Hotel Imperial in Wien kennengelernt. Was für eine Freude. Jetzt bin ich im St. Regis und zwar im St. Regis Downtown Dubai. Es ist ein echtes Business Hotel und es gibt eine Kritik darüber. Wie hat mir dieser Aufenthalt hier gefallen? Man ist ja relativ nah am Burj Khalifa, am größten Hochhaus. Ich habe also hier einen exzellenten Blick. Jeden Tag, wenn ich den Vorhang aufmache, ist es ein nagelneues Hotel. Es ist noch nicht ganz fertig. Es gibt also immer noch Stellen, wo gearbeitet wird. Das ist, wie ich finde, wenn ein Hotel nicht fertig ist, dann dürfte es nicht aufmachen. Aber gut, es passiert. Wir müssen uns auch an diese Dinge gewöhnen. Die fliegen ja auch mit Flugzeugen, die nicht hundertprozentig getestet sind. Ja, ich sage nur 737 Max. Da düst das Ding zwar mal runter und die fliegen weiter. Was soll's. Ist ihnen doch alles egal. Nun, wir Kunden sind die Testkaninchen und müssen auch noch dafür Geld bezahlen. Was aber jetzt hier das System Bonvoy anbelangt und ich ja auch mittlerweile Ambassador bin, was ein extra Go ist, wurde ich hier herzlich begrüßt. Ich kam also hier unten rein. Es wurde gleich ein Platz mir zugewiesen. Man hat sich über die Loyalität bedankt und hat gesagt, wir hätten für sie ein schönes Upgrade in eine Suite. Guck mal, da ist der Horn jetzt in einer fantastischen Suite. Nagelneu. Alles top. Ich muss sagen, wenn ich mich hier so umgucke, toller Blick auch. Ich sage auf den Burj Khalifa. Die Ausstattung gefällt mir gut. St Regis hat also eine, ja, ist ja Business Hotel. Also man muss ja davon ausgehen, gibt ja zweierlei Unterschiede. Es gibt ja auch ein neues St Regis, The Palm. Das ist so für Familien und ja, für Urlaub. Und dieses hier des St Regis ist ein reines Business Hotel, wo man aber auch allzu speziell als Single Traveller doch relativ gut unterkommt. Für Familien ist das weniger geeignet. Also von der Seite gibt es wirklich bessere Hotels. Und dieses Hotel ist, ja, ich sage mal, schon spezialisiert. Das merkt man in der Ausstattung. Das merkt man so an vielerlei Dingen. Alles, was da unten stattgefunden hat, hat mir gut gefallen. Dann kam ich also mit meinem Schlüssel und all den Informationen. Es gibt leider keine Club Lounge, Spice and Regis. Das haben die nichts verändert. Bedeutet also, es gibt da keine Benefits. Es wurde mir angeboten, Frühstück oder eben 1000 Punkte. Ich habe mich leider und auch da wieder mal, ich versuche es natürlich. Ich versuche immer mal wieder, so diese Frühstücksgeschichten zu probieren, um, wenn ich schon denke, auch eigentlich positiv, es könnte was sein. Bop, bin wieder enttäuscht worden. Das Frühstück hier ist, ich würde mal sagen, unterer Standard. Man kann das alles machen. Aber hätte ich lieber die 1000 Punkte genommen und hätte mir irgendwo hier ein Croissant geholt bei Paul oder so, dann wäre ich besser bedient gewesen. Aber ist okay. Ich habe jetzt also dieses Frühstück genommen. Ich bin dann darunter. Bis halb elf gibt es das nur. Wer sich schade findet, müsste es locker bis halb zwölf geben. Dann wäre das entspannter. Hat mir nicht gefallen. Die Croissant etc. Alles so Industrieware. Ist eben nicht so lecker. Es gibt zwar einen Koch, einen wirklichen Koch, der dort was macht. Aber, naja, frische Säfte gibt es. Das heißt, die mixen mir da was Frisches zusammen. Ich sage das und das und das und das. Hätte ich gerne. Wupp, mixen die mir den Saft. Das finde ich toll. Es ist auch, ich sage mal so, wenn du die Eierspeise willst, ja, das ist auch erfüllbar. Der Cappuccino war heiß. Von der Seite kam ich nicht wirklich auf meine Kosten, weil ich die Qualität natürlich schon unterscheide. Aber es war in Ordnung. Was mir die Zimmerausstattung anbelangt. Ich meine, wenn man hier versucht, das ist ja eine schöne Suite. Ich habe ein fantastisches Bett. Ich habe hier exzellent geschlafen. Es war sogar ruhig. Also, ob das daran lag, dass vielleicht nebendran keiner ist, weiß ich nicht. Aber ich konnte gut schlafen. Es war das Licht möglich, komplett auszumachen. Es gab keine Bimmelagen oder sonstige Dinge. Manchmal bimmelt ja alles. Was so ein bisschen im Endeffekt negativ ist, aber was in den neuen Hotels Standard geworden ist. Ich habe das ja schon vor so zwei, drei Jahren kritisiert. Das sind hier an der Decke diese Bewegungsmelder. Liegt wahrscheinlich auch in diesen, da haben sie sich ausgedacht, ist klimatechnisch natürlich ein gutes Argument. Können wir mal sagen, es hat mit Klima zu tun. Die machen dann alles aus. Das heißt, wenn du aus dem Raum rausgehst, dauert es maximal zwei, drei Minuten, dann merkt das System, du bist nicht mehr im Raum und schon schaltet das System komplett runter. Wenn du also da was am Aufladen bist oder sowas, ist das Ding aus. Klimaanlage geht aus, Fernsehen geht aus, geht also alles aus. Und im Endeffekt ist ja so, du willst ja die Klima anlassen, dass wenn du zurückkommst, ich mache das so, ich mache da die Klima aus, weil der Raum schön gekühlt ist und dann brauche ich nicht diese Klimaluft. Jetzt muss ich, wenn ich im Raum bin, die Klimaluft anmachen. Ist natürlich nervig. Heißt also, man muss da ein bisschen tricksen. Der Horn trickst da natürlich. Ich habe mir so Gafferkleber dabei und dann klebe ich diese Dinge ab. Also ihr müsst auf so einen Stuhl steigen und dann müsst ihr oben die Dinge abkleben und dann geht es. Ihr könnt natürlich auch mit der Rezeption sprechen. Das ist auch noch eine Möglichkeit, bitte diese Automatik auszuschalten. Das können die, weil es gilt darum, in der Tür ist da so ein kleines Ding drin und sobald der praktisch auf und zu geht, das System, merkt es keiner da, schaltet es aus. Wenn man das unterbricht, ist es möglich. Also man kann natürlich sagen, ich hätte das gerne ausgeschaltet. Diese Möglichkeit gibt sie, könnt ihr euch sozusagen auch zunutze machen. Aber ich habe zur Ausstattung gesprochen. Es gefällt mir. Also diese Ausstattung, die hier so stattfindet, ist natürlich noch neu. Da ist noch nichts verbraucht, ja, noch nicht abgewohnt. Und das hat Spaß gemacht. Also das hat mir persönlich Freude gemacht. Das Badezimmer, das gefällt mir unheimlich gut. Ja, das ist ein schönes Badezimmer. Leider, ihr wisst ja, ich mag gerne hell. Das ist so angepasst an so einen Style und da fehlt mir natürlich die Helligkeit. Ich möchte ganz gerne auf einen Schalter drücken und dann muss das für mich hell sein, damit ich auch sehe, wer da im Spiegel steht. Ja, manchmal weiß man ja gar nicht, wer da ist, ja, so als Beispiel. Und von der Seite aber ist das mit der Dusche, die große schöne Dusche, diese schöne Wanne, dann auch der funktionale Bereich. Das Wasser spritzt wirklich mit ein bisschen Druck. Also es ist jetzt nicht nur Sparmassen haben da drin. Die Bedienung ist angenehm. Es gab feine kleine Shower Gales und Lotions, die also alle eine gute Qualität haben. Extra Geschichte, Bidet und auch die Toilette in einem kleinen Extra Raum noch untergebracht, finde ich auch toll. Und dann habe ich so vorne noch eine kleine Garderobe, wo ich die Sachen abstellen kann mit Safe und mit Bügelbrett und Wasser. Diese Grundstandards im Business Hotel ist alles vorhanden. Ich finde die Atmosphäre im Haus ist toll. Die haben so einen kleinen Pool, die haben ein paar Dinge. Also wenn das mal irgendwann voll ist, ist das natürlich zu klein, ist klar. Aber gut, Businessleute sind ja nicht so am Pool, sondern die sind dann hier. Die wollen nur gut schlafen, wollen ein schönes großes Zimmer haben und dann sind die schon wieder im Business machen. Das ist in Ordnung, aber sie sind ja auch noch nicht fertig. Das heißt, die bauen da auch gerade noch, die werden wahrscheinlich da auch die Terrassen noch ein bisschen weiter ausbauen, noch ein paar Stühle hinstellen, wenn auch immer mehr Leute kommen. Und von der Seite, für mich, ich würde hier wiederkommen. Also mir hat das Freude gemacht. Hier kann man auch mit Punkten etc. natürlich vielleicht das ein oder andere Schnäppchen machen, indem man sagt, ich mixe das. Das ist ja sowieso eine gute Idee bei Bonvoy, diese Punkte und Bezahlen, das zusammenzusetzen, weil man ja damit auch immer automatisch noch ein bisschen mehr bekommt, was dann in der Zukunft ja auch Status anbelangt. Damit man eben nicht nur mit Status dementsprechend bezahlt hat, also mit Punkten, sondern dass man eben auch mit Geld bezahlt hat. Hat ja auch was damit zu tun, wenn man Ambassador werden will. Also willst du Ambassador werden, das was der Horn gerade ist, dann brauchst du ja nicht nur eine Anzahl von Übernachtungen, sondern du musst auch locker 20.000 US-Dollar im Jahr zusätzlich ausgeben. Also das heißt, man muss dieses Geld natürlich investieren. Man investiert in eine Hotelgruppe und bekommt dadurch ein schönes Feedback zurück. Und das ist in Form von guten Upgrades natürlich ein Traum. Ich werde das auch im nächsten Jahr intensiv benutzen, weil die haben den Status für mich weiter verlängert. Ein ganzes Jahr bis 2023 habe ich also diesen Ambassador-Status jetzt, weil ich den erreicht habe. Das ist natürlich toll und bräuchte da gar nichts mehr machen. Und von der Seite ist also 2022, 2023. Ich meine, das ist also noch eine schöne lange Zeit. Ich bin da nicht so im Druck, weil ich dadurch jetzt nicht so gezwungen bin, unbedingt viel zu reisen, was ja immer noch mit gewissen Einschränkungen zu tun hat. Denn man muss auch eines wissen, auch hier in Dubai, mal abgesehen vom Hotel, selbstverständlich. Aber hier in Dubai musst du auf der Straße bei 34, 35 Grad mit Maske laufen. Ich meine, das ist extrem No-Go und auch für mich extrem schwer. Da habe ich ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr unterwegs seid, gerade in solchen Hitzeländern, nehmt euch immer eine kleine Flasche Wasser mit. Die stehen ja hier in den Hotelzimmern. Macht die so halb voll oder so. Oder wenn ihr sie trinkt, ist ja auch gut, wenn ihr sie trinkt. Dann habt ihr sie dabei, dann könnt ihr die Maske in die Hand nehmen. Und wenn ihr eine Flasche in der Hand habt, könnt ihr hier durch die Straße laufen, ohne dass eventuell jemand kommt und euch sagt, ihr müsst die Maske aufsetzen. Oder vielleicht sogar die Polizei, die hier rumfährt, ich weiß es nicht. Sagt, ihr müsst hier eine Strafe zahlen. So hat man aber gerade eben was getrunken und man setzt sie natürlich sofort wieder auf. Ist ein kleiner Tipp und ein kleiner Trick, den man bei dieser Hitze speziell draußen, ich meine, für draußen eine Maske tragen, ist nun wirklich gar geil. Also das sind Reaches in Dubai, Downtown. Hat mir persönlich Freude gemacht. Und der Haunt wird hier auf jeden Fall wieder herkommen. Abonnieren, liken und wiederkehren. Und tschüss. Ach, und die Glocke ringt nicht weg, ist logisch. Und die Glocke ringt nicht weg. heard Ver las luces a lo lejos, lejos Tu mirada y tus deseos, oh Siento música en mi cuerpo, oh Dance, baby, you're my dancer, dance Baby, you're my dancer, dance Baby, you're my dancer Póngame la mano y vamos a bailar Dance, baby, you're my dancer Dance, baby, you're my dancer, dance Baby, you're my dancer Póngame la mano y vamos a bailar I'm dancing, everybody dance tonight I'm dancing, everybody see me shine Tonight when I look up, baby, moving like this Now I'm going crazy, the way tomorrow Know that you wanna, baby, you're my dancer Love me, love me, love me, love me, love me, love me Tu mirada y tus deseos, oh Siento música en mi cuerpo, oh Dance, baby, you're my dancer, dance Baby, you're my dancer, dance Baby, you're my dancer, dance Póngame la mano y vamos a bailar Dance, baby, you're my dancer, dance Baby, you're my dancer, dance Baby, you're my dancer Póngame la mano y vamos a bailar O yeh, o yeh terminam O yeh, o yeh terminem O yeh, o yeh terminem O yeh, o yeh terminem I'm dancin' everybody dancin' tonight I'm fancin' everybody see me shine Tonight wanna look up, babe moving like this Now I'm going crazy The way tomorrow Know that you wanna Baby you my dance No no love me, no 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 Love me, no 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 Love me, no 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 Dance, baby you my dancer Dance, baby you my dancer Dance, baby you my dancer Pomme la mano y vamos a bailar Dance, baby you my dancer Dance, baby you my dancer Dance, baby you my dancer Tómame la mar y vamos a bailar Tu mirada y tus deseos, oh Siento música en mi cuerpo, oh Baby, you're my dancer, dance Baby, you're my dancer, dance Baby, you're my dancer Tómame la mar y vamos a bailar Tómame la mar y vamos a bailar I'm dancing, everybody dance tonight I'm dancing, everybody see me shine Tonight when I look up, baby, moving like this Now I'm going crazy, the way tomorrow Know that you wanna, baby, you're my dancer No, no, love me, no, 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 no Dance, baby, you're my dancer, dance Baby, you're my dancer, dance Baby, you're my dancer Tómame la mar y vamos a bailar Dance, baby, you're my dancer, dance Baby, you're my dancer, dance Baby, you're my dancer Komma mal llamar y vamos a bailar Baby, you're my dancer 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.